Hallo liebe Muzzis, die den Podcast schauen oder hören und liebe Comedy-Fans unter euch. Und ich nehme jetzt mal an, das sind die meisten, wenn ihr den Podcast schaut oder hört. Und für alle Comedy-Fans, tolle Mitteilung, ich gehe wieder auf Solotour. Die Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Mein momentan noch aktuell Solo-Standoff, das sind die letzten Termine, nachher ist es definitiv vorbei. Und es wird an einigen Orten noch vorgefeiert, sozusagen aufgefeiert. Zum Beispiel 29. September in Faduz, 5. Oktober in Chur, dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf, Hoftere. Und 21. und 22. Oktober in Basel, einmaliges Best-Off. Das Best-Off aus 34 Jahren, so aus den letzten Programmen, was mir am liebsten gefällt, zusammentrummelt. Das wird sicher auch geil. 27. Oktober in Liss, 28. Oktober in Winterthur, 5. November in Rapperswil-Jonah, 11. November in Baden. Dann am 13. Januar in Rheinfelden-Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, 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 endlich das Solo in Zürich. 11. März in Altstetten, 16. März in Hollenstein, 17. März in Pfaffikon, Zürich. Und der Nieren ist dann am 25. März in Basel. Für diesen Termin und ein paar andere, könnt ihr auf meine Webseite www.joel-von-mutzen-becher.ch und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird eine ganz tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit deinem Programm. Und grossartiger Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Ort, jemand anderes, wie zum Beispiel Infadutz, der Moritz Schädler. Freut mich riesig, kommt vorbei www.joel-von-mutzen-becher.ch Bis dann! Das kann ich jetzt nicht sagen. Sind wir schon fertig mit dem Podcast? Das war das schon. Nein, du hast mir jetzt gerade erzählt, du hast eine wahnsinnige Anreise gehabt. Ja, 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 eben sie hatten einen medizinischen Notfall gehabt im Zug zuerst. Und dann konnten sie in Zürich nicht, ich sage jetzt mal, reinfahren. Weil dort ist natürlich alles besetzt gewesen, weil sie ein Viertelstund Sport gewesen sind. Da habe ich den Anschluss verpasst. Und am Schluss bin ich noch in den Regen reinkommen. Aber ja, ich ziehe solche Sachen nach, wenn man das gewinnt. Ein kluger Reist mit dem Zug. Ja, oder eben nicht. Also ich meine, ich habe es immerhin besser gehabt als der Typ vor mir, der dann mit der Ambulanz abtransportiert wurde. Also es hätte schlimmer sein können, ja. Das ist ja kacke, wenn im Zug etwas passiert. Ja, besser als zu Hause, dann merkt es wenigstens jemand. Ja, okay. Ja. Aber so im Zug, das denke ich mir immer. Ich habe mal Tickets vergessen für ein Konzert. Ich habe es gemerkt, im Moment, wo der Zug abgefahren ist. Oh. Dann fährst du einfach eine Stunde. Also du hast ja direkt gesehen, Basel, Zürich. Und dann sitzt du da drin. Und du weißt einfach, ich fahre jetzt eine Stunde für nichts. Und dann kann ich dort ganz schnell umsteigen und wieder eine Stunde zurückfahren. Das sind so die kleinen Momente, wo du so findest, mit dem Auto könntest du wenigstens einfach umkehren. Ja, nein, ich habe es auch schon geschafft, die Züge von Luzern nach Basel oder nach Zürich fahren immer parallel ab und fast zur gleichen Zeit. Ja. Und ich habe es ja auch schon zweimal geschafft, genau in den Verkehr drin zu tun. Dann plötzlich so mal kurz vor Basel gemerkt, irgendwie ist das glaube ich nicht so richtig. Es ist ein bisschen viel Rot-Blau da. Ja, genau, genau. Aber dann habe ich auch in die zweite Hälfte gewachsen und es hat funktioniert. Ich bin mal auf Luzern, bin ich in Bummler statt in Direkten von Basel. Und habe einen Theaterauftritt gehabt und es ist dann sehr knapp geworden. Weil das ist dann eben auch so, du weißt, der haltet so an jedem Ort. Und dann bist du so, nein, jetzt darfst du nochmal ein. Nein. All zwei Meter. Und du hast aber extra sogar, wie hast du gesagt, eine Viertelstunde zusätzlich einberechnet. Genau, weil ich habe einen sehr schlechten Orientierungssinn. Ich verlaufe mich sogar noch zu Hause in meinen anderthalbzehn Wohnungen. Von dem her, ich weiss, es kann immer etwas sein. Erstens eben, ich ziehe so Sachen an und zweitens verlaufe ich mich dann noch. Also ich rechne immer extra Zeit ein. Es gibt ja die Theorie, wenn Menschen sagen, sie ziehen so Sachen an, dann machen sie es umso mehr. Und Menschen, die sagen, mir passiert so Zeugs nie, denen passiert es umso weniger. Ja, aber hätte ich jetzt einfach den Punkt genau wollen, ja gut, dann hätte ich den Zug verpasst, wo der den Herzinfark hatte. Stimmt auch wieder, ja. Das ist jetzt eine interessante Theorie. Ja. Ja. Ich habe mal so einen Beitrag gesehen, wo sie so einen Test gemacht haben, wo irgendwie jemand, der eben sagt, ich ziehe jetzt die Zeugs an und jemand, der sagt, ich habe immer Glück im Leben. Und dann haben sie die versteckt gefilmt und irgendwie, ich weiss doch auch nicht mehr, was sie gesehen haben, es ist irgendwie so eine, ähm, ah, ich glaube, das eine ist, sie sieht Geld auf der Strasse, wo einfach gelegen ist, und per Zufall, es kann wirklich ein Zufall sein, hat die Person, wo immer Pech hat, hat es nicht gesehen und die andere Person hat es gesehen und was ist es noch gesehen? Ah, irgendwie so eine, so eine Ding in den Briefkasten, ähm, sie haben gewonnen. Ah, okay. Du musst irgendwie nur, also ohne Geld oder nichts, du hättest irgendwie nur meinst, und die Person, wo gefunden hat, ich habe immer Pech hat es angeschaut und hat wegschmissen und die andere Person hat gefunden, äh, ich schicke mal das, ich schicke mal das Cuvier zurück, mal schauen, was passiert. Aber gewisse Sachen liegen auch ausserhaft von deiner Reichweite. Ich meine, das erste Mal, wo ich alleine in die Ferien gegangen bin, ist es in Ruhe gewesen oder ich hatte es sicher neun Monate im Forum, habe ich alles buchet, damals noch im Reisebüro, so alt bin ich. Und während dieser Zeit ist der Jampal verstorben und ich komme da dann an und Rom ist Bomben voll mit Deutschen, mit Leuten, wo wartet, dass eben, wo irgendwie gerade da der Benedikt da ausgerufen worden ist, also du hast dich nicht bewegen können. Ja. Ich hätte nicht an einem Tömeren Zeitpunkt können sein, also so etwas kannst du nicht planen. Nein, das ist wirklich, das ist viel im Voraus geplant, für das es eben genau dann passiert. Meine Familie ist zum ersten Mal in die Schweiz gekommen, auch wirklich als Raubritter, wo sie haben wollen, da als Spanier über die Schweiz herfallen, aber die Ramseier sind stärker gewesen und da haben sie sich im Tessin versteckt und da sind sie irgendwie von Sonia Nini zu Sonia Nini geworden. Ja, also Sonia Nini ist? Tessiner ist, aber eigentlich von Spanien. Ah. Sie haben von den Ramseier den Arsch von Solde bekommen und dann sind sie Tessiner geworden und haben sich dort ein bisschen versteckt für ein paar Jahrhundert. Sind sie in der Grotte da und haben... Genau so. Ich kenne niemand, nein, nein, ich komme nicht von Spanien, ich habe nie etwas von dem Mal gehört. Nein, nein, nein. Ist ja dann schwierig wieder zu Hause gehen, wenn sie das nicht erfüllen konnten. Ich weiss nicht, was sie dann erwartet hat, die Köpfe oder Enterben oder so. Das hätte er wahrscheinlich im Tessin besser gemacht. Ja, Tessin ist ja eh großartig. Ja, obwohl es ist das hinterste, das letzte Dörfli, Sonongio, im Wärtshauskartal, dort ist wirklich nichts. Also dort gehst du wahrscheinlich nur nach hinten verstecken, etwas anderes kannst du nicht machen. Du bist eh noch im Schatten, also du bist eh noch im Dunkeln. Genau, genau. Kein Sonnenlicht. Also eigentlich, Sonanini ist nicht so. Nein, 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 ich komme immer Sonnenbrand über. Also wir sagen mehr so, no son, no son anini. No son anini, ja. Tessiner ist und du bist aber von Luzern. Ich bin von Luzern, ja. Also meine Mutter ist Deutsch-Holländerin und Mutter von meinem Vater ist an Deutsch gewesen und er hat einfach vom Vater aus auch so Tessiner ahnen, aber keiner von uns kann mehr Tessinerisch, also Italienisch, ja, Tessinerisch. Es ist Italienisch mit einem quasi türkischen Akzent, also mit äh, 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 äh. Es ist wie ein Francais Fédéral. Ja, und zwar so. Es ist ja auch ein bisschen spezielles Französisch. Ich habe wirklich mal einen türkischen Mann gehört Italienisch reden und es klingt wirklich sehr, sehr ähnlich. Also äh, 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 äh. Ja, mal. Herzig ist, wenn du wirklich im tiefsten Tessin bist und dann alles auch noch so im Dialekt angeschrieben ist. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Wenn du vielleicht mal wirklich irgendwo im Gaggossen bist, wo es kein Bus mehr und weiss auch nicht, was geht, dort ist es manchmal wirklich so handangeschrieben und die tun dann auch das Ü hinein. Wirklich? Ja, ja. Wow. Aber du musst wirklich schon total Last im Tessin in diesem Fall. Und du selber gehst du noch ins Tessin? Ich war das letzte Mal im Tessin, aber es ist dann doch ein bisschen wenig Action gewesen und dann habe ich mir gesagt, nein, komm. Ja, wo du eben gerade so Werzarska kann man ja Franche jumpen. Ja, das ist schön für mich, wo ich Höhenangst habe, auch vielleicht so eine Konfrontationstherapie. Und Machatal war mir glaube ich jetzt ein bisschen sehr fest voll wenn ich so die Bilder angeschaut habe. Ja. Ich glaube jetzt so voll gewesen wie Remini wie die Italiener ist jetzt da Machatal bei uns gewesen. Wirklich? Ja, ja. Ja gut, weil alle gesagt haben die letzten zwei Jahre man macht Ferien in der Schweiz, oder? Mhm. Sie sind alle in Sonnenstuben. Ja. Ja. Und du hast gefunden, du gehst lieber in den Ragen auf die Inseln. Jetzt auch im Sommer ich bin nach Schottland gegangen weil anständige Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad und im Winter gehe ich dann so in den Süden ich kann es nicht gerne wenn es zu heiss ist. Also so zwischen zwischen 15 und 23 das ganze Jahr das wäre so perfekt, oder? Genau, absolut perfekt. Mehr muss ich nicht haben. Finde ich eigentlich auch. Ich finde auch kleidermässig kann man dann am meisten machen. Ja, ja, ja. Irgendwann bist du blöd und schweizst du trotzdem und irgendwann bist du mal ein Michelin-Männchen und kannst dich kaum noch bewegen. Aber wie lange bist du jetzt in Schottland gesehen? Also du bist ja ans Fringe. Genau, aber ich bin nur gucken, ich habe auch mal ein Open Mic gemacht aber das hat leider zu wenige Leute gehabt und ist dann abgesagt worden. Also zu wenige Leute die im Publikum gesehen haben oder haben mitmachen? Im Publikum, im Publikum mal. Okay. Und das ist dann leider abgesagt worden also hatte ich leider keinen Auftrag aber ich habe in den sechs Tagen wo ich da war, habe ich 21 Shows angeschaut. Wow. Da habe ich wirklich vollgasgeil. Weil wirklich von einer Location zur anderen gesagt. Weil es ja so viele wirklich coole Künstler dort gibt die ich habe gesehen wollen. Es ist ja generell ein Bühnenkünstlerfest also es sind über 1000 Leute die dort auftreten über 1000 Künstler und davon über 300 Komiker und dann musst du dich entscheiden wer will wer will gehen gehen es gibt viele die du kennst die gut sind gibt aber auch noch viele die du gar nicht kennst die du entdecken kannst und dann musst du dich entscheiden ich habe wirklich ich muss so einen Zeitplan machen dass ich den und den und den da unterbringe ja Mann es ist eine Herausforderung gewesen. Ich bin einmal mit meinem damaligen Manager gegangen für was sind wir gegangen glaube ich drei Tage und ich habe zwei Tage gebraucht für die Planung Okay und zwar also die Planung wirklich eben nur was machen wir wenn dort weil du einfach zuerst musst du mal alle Shows durchschauen quasi von der Beschreibung und wer kennst wer kennst was tut trotzdem spannend was ist ein Konzept das du noch nie gesehen hast und so weiter dann hast du das mal gemacht das sind sicher schon ein paar Stunden und dann ist es gesehen okay dann machst du mal eine Auswahl das fände ich noch gut das fände ich noch gut das fände ich noch gut und dann schaust du mal den Zeitplan an und dann schaust du noch wo es stattfindet und dann kommt wirklich dort habe ich mich gefühlt wie eine beautiful mind quasi dass du das herkriegst in fünf Minuten dann von dort hier rüber laufen und dann das schauen und so und eben wir haben nur drei Tage gemacht und mir hat nachher schon den Kopf geraucht also irgendwie bist du einfach ich kann mich schwer konzentrieren für längere Zeit und wenn du dann noch so viele verschiedene Sachen hintereinander hast also ich weiss nicht hast du das alles locker durchgeschaut oder bist du irgendwann auch so gesehen ich habe dann am Abend es hat ja Tage aber da habe ich nur drei Shows es hat Tage da habe ich fünf Shows und dann am Abend so die letzten Bilder schaust es ist cool aber ich bin müde und ich bin froh wenn ich dann nach zu Hause kann aber es hält auch auch ein Wach wenn du dann halt so meistens im Nieselregen in der Frösche in der Kälte musst du dann wieder zu der anderen Location hineinsäcklen und Edinburgh ist schon schön hügelig da hast du auch dein Fitness gemacht ja von dem her das weckt dich dann wieder auf aber es ist schon so weil sie in jeder kleinen Höhle in jeder kleinen Klassezimmer versuchen irgendeine Location hineinzubauen ist natürlich auch die Lüftung dementsprechend schlecht und du huckst wirklich in der Hitze und Zwiebellook ist echt ein Mast also du bist fast im Unterhöhren in dieser Location dann lächst du wieder deine fünf Jacken zum anderen noch deine Säcke und ja bist du dann gesehen wenn er gerade noch das Tattoo ist ja das ist auch noch speziell gewesen also ab einer gewissen Zeit hast du in der ganzen Stadt innen hast du Doodlesack Musik gehört weil das ist natürlich im Schloss wo oben drauf im Hügel ist und das klingt dann quer durch die ganze Stadt und dann ist das Schloss auch immer so bumper leuchtet also das ist schon speziell gewesen aber es ist halt Schottland von dem her gehört es dazu absolut also Edinburgh ist ja auch wenn nicht Fringe ist auf der mega geile Stadt ja ich muss mal also ich habe mir vorgenommen ich bin zu 90% sicher ich mache es dieses Jahr wie Michelle Kalt wo ich durfte dort nebenan auf ihrer Couch schlafen dass sie den ganzen Monat da hingeht ja sie hat den ganzen Monat gemacht der Respekt dass sie das geschafft hat und ich habe mir jetzt vorgenommen ich mache das nächstes Jahr auch mal schauen wie das wir schaffen weil das Organisatorische und den ganzen Monat lang dort das ist eine Sache aber du musst ja wirklich am Morgen schon draussen auf der Strasse stehen bei jedem Wetter und fleieren weil dich ja keine Sau kennt und ja und dann musst du schauen dass die Leute innenberringst und musst du dort flyern und jeder flyert und du gehst den Leuten so auf den Sack und dann musst du trotzdem das jeden Tag durchziehen ich habe das versucht mal eines zu machen ich habe eine halbe Panikattacken bekommen weil die Leute sich so knerft und so ah jetzt schon wieder ich habe dann meine Unterstützung darauf beschränkt so zu Hause zu putzen und so sorry aber ich komme da so halbe Panikattacken rüber ich glaube so Flyer ist nicht für mich also an dem muss ich noch schaffen bis zum nächsten Jahr wenn ich das mache ja weil das ist das ist ja das Geile wenn du eine Fringe Show machst dann machst du wirklich den ganzen Prozess durch es ist ja wirklich von Kreation von Plakaten Namen Programm beschreiben effektiven Programm haben und dann noch die Vermarktung und es war wirklich eben Vermarktung wie vor Jahrzehnten genau weil es so ein Überangebot hat und dann willst du natürlich auch irgendwie eine Bewertung haben möglichst eine gute dass die auch irgendwo erscheint dass du dann nach der Hälfte vom Fringe auch noch mehr Leute anziehst die berühmten Sternen genau wenn du ein Plakat hast mit allen so 4 Sternern ist schon mal gut wenn du noch 5 Sterner dabei ist dann genau und dann musst du auch ungefähr 10 Leute anschreiben und wenn Glück ist tachst du vielleicht einen von denen auf und dann musst du ihm auch noch gefallen sonst hast du alles umsonst gemacht aber wow Respekt was sie da geleistet hat wirklich ja und also die Michelle will ich jetzt bald einladen ich habe gedacht ich lone ein bisschen die Zeit ja zum wieder ankommen du die ist schon wieder voll dabei mit Deville mit Joes die ist da knallhart und sie hat das Richtige gemacht weil viele die an das Fringe gehen von ausserhalb sag ich jetzt mal wenn sie nicht auf der Insel sonst wohnen machen den Fehler dass sie sagen ich spiele am 8. oben fette Location Eintrittsgeld und eben weil einen niemand kennt kommt dann niemand weil zu dieser Zeit spielen riesen Nummern und eigentlich was du musst machen du musst eher beim Gratisteil vom Fringe das sind drei verschiedene Bereiche bei dem irgendeine coole Location haben lieber den Tag durch eben ein bisschen Self-Promotion und mit Kollekten genau und lustigerweise kommst du so meistens besser raus wie wenn du würdest sagen ich mache eine bezahlte Show und es kommt niemand du musst dir bewusst sein aber erstens dich kennt wirklich kennen und brutal gesagt es hat keiner auf dich gewartet du bist einfach da so ich möchte mitmachen deswegen werde ich das auch mitmachen es ist wie so ein Trainingscamp einfach einen Monat lang und dann ja da kannst du am Anfang Kollekten machen sie hat zum Schluss auch ein bisschen Geld machen wir reden da wirklich von 5 Pfund Tickets weil es wirklich gut gelaufen aber sie hat wirklich vorweg wo sie dann auch die Bewertung bekommen und sie hat eine gute Bewertung bekommen also nicht gerade 5 Sterne aber doch ziemlich dass sie Leute angezogen hat und ja dann ist das gelaufen weil du hast ja am Anfang musst du die Hälfte von deiner Location musst du vorauszahlen und die andere Hälfte musst du das Geld wo du einnimmst alles abgeben bis du den Rest abgezahlt hast und erst dann darfst du das Geld behalten ja break even wo eben oft nicht erreicht ja dann hast du natürlich auch noch einen Monat lang wo du nicht schaffst bei mir halt wo ich einen Tagesjob habe würde dann eben noch einen Monat lang irgendwo Miete zahlen ein Airbnb ja wo denen auch etwa dreimal dürer ist als den Rest des Jahres genau weil alle da sind wirklich alle aber es war wirklich Hammer und es ist so eindrücklich und so viele coole Leute die auf den Füßen stehen und deswegen müssen um Leute kämpfen es ist wow es ist wirklich wow und ich habe gehört dieses Jahr war es eher ruhig im Vergleich zu anderen Jahren habe ich gehört aber es war mein erster Fringe und es war schon recht laut und wild und ja ich musste irgendwann meinen Kopfhörer anlegen und dann hast du den Verkehr in Großstadt und eben dann nimmst du viel auf von den Shows du hast keinen Park wo du kannst abhocken wo ruhig ist weil im Park hast du auch Leute die treffen und die Schotten sind laut und ich habe mir vorgestellt ich kann mich irgendwo mal im Park entspannen und weiter machen nein es ist immer etwas on the go aber wahrscheinlich bin ich da einfach wieder zu wohl dass man in der schweiz einen ruhigen Park zu haben du musst wirklich irgendwo mit einem kollegen oder mit dem laptop in einen kaffee sitzen und dort auch sein aber bestell kein Matchalata das ist jetzt wieder ein third world problem aber ich die absolut schlimmste Matchalata von meinem Leben haben aber mittlerweile können es gut kaffee machen ich finde den kaffee auch grenzwartig aber wie heissen sie costa ist okay ja ich bin geissen black sheep ich denke gut die geben noch so viele prozent den obdachlosen in edinburgh ab vielleicht ist das der grund sie haben viele bänke haben sie raus genommen aus der innestadt damit die ganzen obdachlosen ein bisschen draussen bleiben vielleicht ist das auch so dass ich kein ruhiges plätzchen gefunden habe überall wo schon ein obdachlose war was das reserviert hat zu erhält nein aber kaffee muss ich sagen vor 15 jahren als ich das erste mal in gross britannien war schlechter war jetzt kommst du mittlerweile echt guten kaffee ja gut das essen ist besser worden in den restaurants wenn du mal bei jemandem eingeladen bist in gross britannien dann kann es immer noch zu interessanten überraschungen kommen wenn der für den kocht aber es ist irgendwie der Charme finde ich das ist so ein erlebnis dann in südangeland habe ich einen Austausch gemacht und dort ist morgens gesehen einfach Toast wo sobald er ausspickt einfach ein Kilo Butter drauf geschmiert wird das so richtig einsaugt aber es ist eigentlich schon Butter Toast das heisst es ist einfach lampige Butter Toast mit noch mehr Butter dünn Ja aber wir Schweizer machen das mit Butter Gipfeli weisst wie viele Leute sehe ich die auf Butter Gipfeli noch mehr Butter drauf tünn Ja das ist auch erbaut aber musst du mal wirklich wenn du in Grossbritannien eingeladen wirst spät abend noch mal möchtest zu jemandem heim chillen und du wirst eingeladen zu Beans on Toast kennst das mhm hab ich noch gerne das ist Nacht ist auch immer katastrophal das heisst ich habe immer bei so einer Dönerbude gerade vor zuhause habe ich vor Nacht einen Cheeseburger gegessen nach drei Tagen hat er genau gewusst hat nur im verschwommenen Decke Ding hat er mich schon gesehen laufen und er gesagt Cheeseburger only Ketchup und ich so yes und das ist immer vor Nacht gesehen dass ich dann konnte anständig so zwei so wie ich ausgesehen quasi ich muss sagen ich 14 gesehen ah ok dann verdau es noch ein bisschen kulinarische Fortschritte habe ich gemacht jetzt nimmst du Cheeseburger mit Ketchup mit Ketchup und Mayonnaise ui ui ein Salatblatt ja noch ein Ballaststoff das 2.25 kostet die Cheeseburger und ich fand das ist ein gutes also es ist glaube sogar gesünder gesehen als alles wo die bei der Gastfamilie serviert haben es ist keine Gastfamilie gesehen als Ehepaar gesehen wo zu wenig rente hat und einfach gefunden hat das einte zimmer können wir noch irgendwelche pickelige teenager rein pferchen damit es fürs Sky Abo auch reicht ok 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 ja nein und Haggis habe ich auch probiert das war nicht mal so schlecht gewesen ja ok ja ich habe Haggis Rap mit mit einem Tomaten Chutney das noch gut gewesen ja und aber den Deep Fried Mars Bar habe ich nicht mehr geschafft habe ich mir vorgenommen das wollte ich auch probieren mein Kollege hat es probiert hat mal drei besser gesagt ok es ist nicht so gross wie mir vorstellen aber dann hat seinen Körper so rebelliert das ist nicht gesund für dich los sein ja der hat wirklich nicht so schlimm und den 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 körper merkt richtig nein nicht gut nicht gut hör das das bilde ich mir ein dass ich das habe Burger King esse ok sobald ich ein Biss habe ich das Gefühl meine Arterien verstopfen und ich bin ich gerne Burger aber McDonalds und Burger King ich kann mich mitjagen wirklich das letzte Mal als ich wirklich bin McDonalds war mein 33 Geburtstag war ich schon zu viel getrunken und bin schlussendlich brüllend am Boden gelegen weil ich meine Pommes frites an Boden gerührt ganz andere Mitarbeiter aber ich betrete McDonalds auch trotzdem machen Deep Fried Mars Bar habe ich noch nie gehabt in den USA vor allem bei Republikanern Treffs gibt es ja die Food Cards wo sie Fried Butter on a Stick oh das habe ich gehört die haben das auch so an den amerikanischen Chilbis da ja das ist einfach ein Block Butter frittiert ja du man kann es essen man kann es auch bei Rosilla von dem genau also wenn du sagst vor 15 Jahren warst du zum Beispiel auf Grossbritannien ist deine Liebe zu Grossbritannien dann schon gesehen und du gefunden ich will unbedingt jetzt da oder ist sie entstanden nein es ist wirklich so weil ich bin schon sehr früh ein Comedy Nerd wurde ich bin nachts rausgeschlichen und habe das Fernsehen angemacht und was ist so nachts gelaufen was günstiger gewesen ist als so ein Testbildschirm weil Monty Pythons Flying Circus ich habe kein Wort verstanden aber ich habe es witzig gefunden und schon früher habe ich mich in die Comedy von Grossbritannien verliebt und habe früher Englisch gelernt dass ich da mehr und mehr verstehe und mehr reinkomme und eine der ersten Reisen die ich unbedingt machen wollte nach Grossbritannien zu gehen und das war mein Ziel und dann bist du auf London dann bin ich zuerst auf London und dann sind wir mit den Coaches mit den Bussen nach Grossbritannien mal gefahren zu die günstigsten Tickets für einen Pfund und dann bist natürlich in die grössten Scheiss Kaffe reinkommen also zum Beispiel nach Dover einer der ersten Reisen war gerade unten das grösste dort ist der Hafen und es hat noch schöne Ecken aber die meisten Leute leben wirklich knapp vom Existenz Minimum viele haben Drogenproblem und dann merkst also es gibt Leute effektiv die Person ist das natürlich gerade ein Kulturschock nicht nur ein Bildschirm Grossbritannien kennenzulernen sondern auch das echte Grossbritannien ja es gibt die eine berühmte Strasse wie finden wir das jetzt also ich finde es in meinem Verlauf die quasi kriminellste und schlimmste Strasse von Grossbritannien und sie in irgendeinem Kaff und sie heisst irgendwie Forty Irgendein Street und es sind wirklich einfach nur Drogenabhängige Hochkriminelle und es ist aber wie so eine eigene Stadt wurde diese Strasse und es ist eine recht geile Doku ich muss die finden wenn ich sie finde in Show Notes und schicke sie ja gern weil das ist wie an vielen Orten gibt es ein Bild wo dir porträtiert wird und denen gibt es meistens eben nur zwei Strassen Ecken weiter gibt es dann das andere Bild das nicht so oft porträtiert wird aber du bist dann da gesehen und hast gesagt immer noch geil ja immer noch speziell weil ich hatte die Chance wieder zu gehen aber ich musste am Abend auch eine Pop abhauen weil mit mir eine die Pflegerei an vor also wegen Keine Ahnung sie hat wahrscheinlich gemeint ich nehme ihren Spot weg sie ist auch eine feste Frau aber recht aufgetackelt und hat recht viel Fleisch gezeigt weil das finde ich noch cool die Britinnen sind sehr mutig bei ihren festen Choices das finde ich noch recht cool und ich auch noch interessante Sachen vor mit gebracht und dann sieht sie mich wahrscheinlich eine andere feste junge Frau und hat wahrscheinlich gemeint sie Konkurrenz weil die hatte so harten Akzent und so wenige Zähne in der Schnurre obwohl sie in meinem Alter war ich ein pub und das pub wurde automatisch zur disco weil wir haben es nicht dort und dann haben wir gedacht gut gehen dorthin ist dann aber eine schlechte idee war dann ist unser hostel gegangen du hast gute hostels gehabt du hast hostels gehabt die mit anständigen hast teilen wo dann nicht in Gemeinschaftsruhen gegangen bist weil der Drogenhandel stattgefunden hat das ist dann auch so ja das finde ich auch faszinierend dass hostels eben zum teil viele hostels die nicht mehr als sieben oder zehn tage und wenn dann musst du eine Verlängerung beantragen damit nicht auf der kunden sagt ich wohne jetzt da für immer und auch wenn ich nicht mehr zahle ich wohne immer noch da bringt mich zuerst mal los komm versuch genau und auch wenn ihr jetzt raus tragen ich darum ich bin in london bin in einem hostel gesehen wo früher ein gefängnis gesehen ist das ist auch cool das kleinstmögliche zimmer nicht wirklich ein Fenster und du merkst cool ich zahle jetzt Geld für das haben wir in Luzern auch aber ja da haben wir mal den schulte lo eingekwartiert okay unwissentlich und das ist jetzt gerade der falsche mensch in ein mega kleines zimmer tun ja er ist ziemlich gross ja ich glaube schon nur von wand zu wand haben 20 cm gefehlt wenn er angelegen ist und hat eine show mit uns Luzern und ein spitz am arsch am nächsten tag hat nicht die beste nacht war das war im fringe gesehen ja 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 habe gesehen also ich habe nicht ihn gesehen aber gesehen dass er er dort ist ja was hast du gab wo jetzt so den find das ist also einerseits hat bestätigt was ich immer gedacht habe mega geil oder ist so mega entdeckung wo das gefühl hast ich muss mal mein nachtel nehmen weil ich habe mir einen plan gemacht so viel nehmen vor allem ich habe mehr als 50 prozent frauen dort wo ich angeschaut habe weil gerade bei den frauen ich bin so begeistert von den briten du siehst wenn ich das das zeigen das ist mein plan ja ich so einen gemacht ich habe so einen gemacht also ein paar kenne ich stuart lee bin grosser fan das ist ein guter freund vom schulterlohr übrigens vor allem der work in progress wo du wirklich einfach siehst wo er rumgejuckst hat auf der bühne ja ist nicht cool war omi jalili finde ich geil michelle ich nehme an das ist michelle genau kathrin wie noch ich siehs nicht es stund nur kathrin welche kathrin ist das ich kann die hände nicht so gut bedienen also dann haben wir da angela barnes sehr cool sehr oft im ähm bist nur effektiv quasi soloshows gehen ja mixt shows bin ich ja ich bin auch so improshows schauen ich habe wollen improshows schauen über star trek next generation aber das habe ich dann leider nicht geschafft von der zeit her ja weil ich als nerd war natürlich super gewesen da bist du ein star trek nerd ja ich bin mehr tracky als star wars aber star wars hat die letzten paar jahre haben sie mehr gas aber star trek ist wieder am aufholen ok ich hatte also jetzt ist ja auch nicht mehr aber der neue star track erwartungen aber ja sarah keyworth sehr gute ich hoffe die kommt jetzt in die schweiz ich kenne einen wo daran arbeitet dass sie da in die schweiz kommt ja die hat die geldste das geldste ende kam was ich jemals gesehen habe in der komedyshow wirklich die hat sich auf den schultern von einem wrestler vor der bühne tragen oh nice das ist super geil gesehen reese nicholson australier kann man sich merken der schammer helen bauer helen bauer das ist vielleicht nicht jedes mal eine sache sehr laute brutale faser richtig aber ich kann das noch gerne ich finde das noch lustig und phil wang habe ich noch gesehen phil wang ist gut gesehen ja ja ist ja halb mal ein halb briten ist auch eine sehr gute ja und dann ist er auch gleich schon mal weg ich habe jetzt mal die kleinere weglassen äh alistair beckett king ähm muss ich sagen ist gut gewesen ist wahrscheinlich die intelligenteste show gewesen und manchmal wenn du musst so über fünf ecken überlegen lachst du nicht oder lachst du schon zu spät aber äh wer gerne intelligente shows hat alistair beckett king ist definitiv ein highlight und für mich äh der reese nicholson definitiv ja ja der finde ich auch sehr geil der phil wang der findet meine freundin so toll okay und äh und auf netflix hat er ja so ein kurzes äh ich weiss nicht wie es geheißen hat comedy comedy hour na eben nicht wie sie auch immer geheißen haben so die kurzen comedy shorts ja shorts oder irgendwie so ja und dort hat er ein super set gehabt und dann hat er ja ein special rausgebracht philie philie wang wang ich glaube es ja ich glaube ich habe es noch nicht gesehen ja du wüsstest wenn du es gesehen hast ah ok ok weil es so nicht gut war oder wie es ist erschreckend nicht gut oh aber du siehst ja dass er ein guter comedian ist und du merkst wie oft so viel dort schief gelaufen ist weil es ist irgendwie so irgendwie zu mitten in der pandemie und sie ist irgendwie verschoben ok zum teil merkst du irgendwie so noch nicht ganz ausgriffen das Zeug sind irgendwie anders wo man glaube ich schon zu lange spielt und weil es so ein grosser raum ist ist irgendwie das timing dann ein bisschen kaputt weil er lässt irgendwie so immer auslachen und durch das kriegt sie auch kein tempo ok und es ist wirklich so nach 20 min hast du dann so müssen sie sagen nein also die live schon aber es ist super also wenn du weisst es ist gut aber es ist das beste ja ja die live schon war es war gut ich finde den reese nicholson finde ich 20 mal besser aber er ist wirklich ein sehr guter erfahrlicher comedian einer von den besseren dort definitiv aber ja in dem fall habe ich es das beste nicht gesehen und ich weiss auch nicht ob ich es dann müsste schauen ja ich habe jetzt wirklich wirklich Werbung gemacht dafür nein 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 wirklich ähm aber eben Improshow bestimmt nicht zu schauen was ich noch gesehen habe ist gesehen 60 Acts in 60 Minutes oh mein Gott nein das habe ich nicht gesehen aber es gibt wirklich so halb wahnsinnige Shows wo du dich fragst wie willst du das machen eben darum sind wir zu schauen weil wir ja gefunden haben ja wir wollen ja vielleicht auch mal eine grössere Mixture machen ja genau wie machen wir das 60 Acts in 60 es geht wirklich darum dass halt einfach alle irgendwie in einer Minute probieren auch wieder Werbung zu machen für die effektive Show genau und dann hast du wirklich alles mögliche gehabt hast du irgendwie so äh asiatische Trommelformationen gehabt und und viele im Stand-Up-Bereich haben es verkackt aha weil sie effektiv einen mega langen Joke aufgebaut haben und nach genauer Minute geht einfach das Licht ab und den Ton weg ja und du hast zum Teil einfach wirklich eine Minute nur aufgebaut bevor dann irgendwie die Präte kam du musst quasi One-Liner parat haben für so etwas genau und einer ist sensationell das ist wahrscheinlich eine meiner Lieblings-Jokes die ich jemals gesehen habe und ich weiss nie wenn er heisst aber ich habe ihn auch sonst schon mal gesehen in einer Mixt mit dem Schulterloher in London das ist ein junger Typ er sieht ein bisschen aus wie Jack Whitehall wirklich nur ein bisschen und dann kommt sie auf die Bühne und er hat eben nur eine Minute und dann sagt er so okay ich habe da hinten eine Konfetti-Kanone auf der Bühne irgendjemand in der Erstreihe da das ist der das ist der Auslöser Druck du wenn du das Gefühl hast das ist der richtige Moment so geht es dann gut auf Bühne und dann sagt er so last year my mom died of cancer und dann macht sie und dann siehst du einfach mega lang wie auf die Konfetti so runterrieseln und dann schaut ihn so an und dann irgendwann sagt er that was the wrong moment und dann ist die Minute fertig und du bist so oh my god ja das hat er genau so geplant ja geil wirklich geil dann merkst du das ist perfekt eingesetzt genau und dann sind sie gesagt ich laufe durch den Park und dann kommt so ein Hund und ich dachte der Hund sieht schon etwas komisch aus weil irgendwie der Schwanz ist und dann irgendwann du bist so ja 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 wo war das jetzt herangegangen wo war das jetzt herangegangen darum ich finde im Fringe geil weil es einfach so absurde shit gibt das ist ja so das ist ja so ja nein aber eben in 6 Tagen musst du dich effektiv entscheiden was ging jetzt Google ja logisch logisch und deine ganze Reise ist effektiv 6 Tage gewesen bist du auf Edinburgh und wieder zurück ja also ich habe natürlich wie es bei mir auch immer so ist bei mir hat das Flugzeug an der Verspätung hatte ähm und äh dann habe ich mit meinem ganzen Gepäck schon an die erste Show sie haben es dann auch akzeptiert dass ich bei dem Typ vor der Türe habe ich dann meinen Koffer können lassen lassen und dann sehen wir da muss ich ich umnehme mein Namensgedäcknis äh aus den 90ern ist sie eine von meinen Lieblingskomikerinnen gewesen hast du schon lange nicht mehr von ihr gehört äh da 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 äh komm da wieder zurück I hate you wo bist da äh äh Janine Garofalo ah ja sind wir gehen schauen ich hätte eigentlich am 6.00 ankommen ich bin erst am 7.00 ankommen und am 8.00 hat Joe angefangen und da habe ich gedacht gut ich kann ich weiss Michelle ist noch daheim ich kann schnell meine Koffer dorthin schmeissen aber dann ist der Bus natürlich erstens hat der Auferspätung gehabt und dann ist er im Verkehrschaus stecken da habe ich an der Station kurz vor der Station wo ihre Wohnung war habe ich mich dann entscheiden gut steige ich jetzt raus oder nicht ich habe gesagt nein ich schaffe es doch nicht dann habe ich wirklich noch genau 4 Minuten bevor die Show angefangen hat habe ich zu ihrer Show gearbeitet und dann durfte ich vor der App vor der Tür und habe dann rein Google-Worker ja wow sehr schön ja ok das heisst ein sehr teiter Zeitplan in Edinburgh und wieder zurück genau also ich müsste ich hätte eigentlich von diesen Ferien noch eine Ferien müssen aber ja das habe ich mir selber so eingebrockt äh sehr oft der Fall dass man Ferien macht wo noch hat eigentlich Ferien nötig waren oder weil man will ja wie alles raus holen genau aus den Ferien der ganze Freizeit Stress auf allen Sachen die willst du machen die musst du einlassen ja aber ich verstand zum Beispiel auch nicht wenn ich weiss man muss es halt zeitlich so planen aber sehr oft sehr oft planst du Ferien so dass du irgendwie sagst am Montag kann ich arbeiten das heißt komm am Sonntag zurück und das ist das Schlimmste was eigentlich passieren kann wenn du kommst am Sonntag zum Abend meistens noch eine Stunde oder zwei und du kannst nicht mal richtig auspacken oder waschen oder irgendetwas und am Montag bist du dann wieder im Stress ich bin am Montag zurückgeflogen weil ich habe am Montag natürlich günstiger zum fliegen und dann bin ich am Montag wieder arbeiten und auspackt habe ich den wenn ich den nächsten Wurst hatte was sind sonst die Ferien die du machst in der letzten Zeit habe ich echt meine Ferien für Comedy verbraucht ja wirklich wo es jetzt endlich wieder nach Deutschland gegangen ist da bin ich in Berlin für das Rose Battle wo jetzt mal im November ausgestrahlt werden ja jetzt bin ich in Edinburgh gewesen und sonst bin ich daheim gewesen zum Comedy machen also ich bin früher echt viel gereisen aber das hat sich jetzt alles ein wenig reduziert wegen ja anderen Prioritäten aber ich muss mal wieder weiter weg meine schönsten Ferien in dem Sinn wo ich eh hatte sind drei Wochen Japan gewesen und ich will dann wieder wieder nach Japan oder mal nach Korea wo jetzt gerade Frank war genau das ist jetzt drei Wochen gewesen ja ja der Teil von Asien habe ich wirklich noch null fände ich aber auch sehr spannend nein ich habe es sehr sehr cool gefunden in Japan ich habe sogar gemeint ich nehme jetzt ein halbes Jahr lang gehe ich die Sprache lernen es ist natürlich eine von diesen super Lebensentscheidungen von mir gewesen ich hatte dann ein paar Sätze können nicht viel weil ich habe nicht immer meine Aufzug gemacht und die Sätze konnte ich dann anwenden aber ich habe kein Wort verstanden was sie mir geantwortet haben ja also effektiv ist alles für Katze gewesen und ich habe mich auf Englisch durchgeschlagen von dem her ja vor allem irgendwie ich denke immer so bei latinischen Sprachen kannst du irgendwie noch das Zeug herleiten ja weil da in irgendeiner von denen Sprachen ein Wort kennst wo ähnlich tönt und dann denkst du so das wird es wahrscheinlich und dann eben irgendwie japanisch ja eben wenn dann ganz andere Schrift hat ich meine sie benutzen drei Schriftarten gleichzeitig wo sie untereinander mischen ja also das ist ein wenig sehr ambitioniert gewesen vor mir in einem halben Jahr das zu lernen ohne wirklich Aufzug zu machen wenn du sagst du bist viel für die Comedy du bist schon mega lang Comedy Nerd und wie es ja oft ist bei Menschen die sich mega für Comedy interessieren kommt irgendwann der Moment wo man sagt ich will das auch mal zumindest ausprobieren und meistens wenn man dann ausprobiert macht man es einfach ja dann bleibt man dabei ja das ist ja so ich habe lange nicht gedacht ich gehöre auf die Bühne weil eben für mich halt Vorstellung und wegen meinem schlechten Selbstwertgefühl das Gefühl gerade als Frau musst du perfekt aussehen um auf eine Bühne zu gehen deswegen habe ich mich sehr sehr lange nicht auf die Bühne gewagt ich habe als Teenager ich habe schon so Theaterkurs besucht weil es hat mir immer so ein bisschen gefallen aber ich habe dann eh wirklich auf der Bühne zu stehen weil ich mich dann halt noch mehr Leute präsentieren und mich nicht verstecken weil eben ich bin ja dann wirklich das Zentrum von der Aufmerksamkeit und dann stehe ich halt da mit all meinen Makel und Fehler und jeder kann mich sehen ja aber trotzdem habe ich daran ich will dort sein und Leute unterhalten und dann ist der Zeitpunkt gekommen wo innerhalb von drei Jahren schon die zweite Kollegin auch Krebs erkrankt ist und währenddem sie dann Therapie gemacht hat mit knapp 40 wo es dann auch geheissen hat ja sie wird es leider nicht überleben habe ich mir wirklich überlegt ich habe das jetzt so lange vor mir her geschoben ich habe es auch nie wirklich jemandem erzählt weil das ist für mich so ausserhalb von möglichen gewesen so unvorstellbar dass ich das gar nicht gross will jemandem auf die Nase binden dass ich das eigentlich machen will dann habe ich gesagt komm ich mache es und ich habe es auch niemandem erzählt ich habe dann ein bisschen googelt ich bin dann zuerst auf Stand Up Bern Gruppe gestossen und dann schlussendlich auf das Open Mic von Michelle und dann habe ich gedacht komm ich mache das und ich gebe mir so maximal zehn offene Bühne und entweder die Leute lachen dann oder ich lasse es sein und dann muss ich es auch niemandem erzählen ja und es hat dann doch klappen klar das erste mal ist immer Katastrophe aber ja und am Anfang ich bin so stief gewesen weil ich bin so nervös gewesen ich habe mal knapp ein bisschen so den Unterarm bewegen auf der Bühne aber ja jetzt vier Jahre später und gerade während der Pandemie wo ich sehr sehr vermisst habe merke ich mal es ist die richtige Entscheidung gewesen ja ich werde das definitiv machen ja das finde ich eine grossartige also es ist ja ganz wichtig weil sorry ich glaube was du jetzt gerade erzählt hast finde ich extrem spannend weil ich meine ich zum Beispiel auch ein paar Jahre braucht bis ich mein Ziel realisiert habe so quasi mit einem dritten Arsch komm jetzt mach endlich das was du schon lange willst machen jetzt schreib irgendwie mal ja du hättest du es noch gesehen jetzt habe ich auf der Bühne gegeben schreib einfach ein Soloprogramm ok probiere das irgendwie vor die Leute zu bringen so oder und trotzdem es gibt es immer wieder jetzt wird Frage warum gibt es weniger Frauen in der Comedy als Männer und wenn ich so etwas höre wie von dir dann denke ich so das ist so schade dass Männer sind zum Teil so so dumm und hinterfragen nichts und ja und darum ist es einfach so ja ja mach mal fünf Minuten kann ja nicht so schwer sein oder und mit der völlige Naivität ähm gibt es einfach dann mehr von denen oder ja wahrscheinlich eben ich habe schon oft gehört so als Spruch ich hätte gerne ähm ähm jetzt habe ich Konfidenz das ist ein englischer selbstvertrauen selbstvertrauen von einem weissen heterosexuellen Mann ja ist mittlerweile so ein Sprichwort ja aber eben ich sehe jetzt auch immer mehr nicht nur Frauen sondern auch ähm ähm äh aus dem homosexuellen Spektrum oder vom intersexuellen Spektrum auf die Bühne ja äh gehen und äh von dem her ist cool haben die jetzt äh auch so einen Ort weil gerade wenn Frauen auf die Bühne können wissen sie sie können da es ist leider so sie können da herkommen und man tut sie nicht hinterfragen mhm oder kommen einfach auf die Bühne und zeigt sie wenn es halt ein Szene ist wo nochmal Männer sind sind solche Leute aus äh äh aus den sozialen Schichten halt viel zu scheuchen dorthin zu gehen ja und von dem her ist es auch nicht nur cool gesehen ich immer mehr Frauen gerade auf offener Bühne ich und also Jane und ich sie hat's mehr machen ja auch in Luzern zu quatschen mhm wo wir ein paar Leute aufnehmen und ich versuche schon lange einen jemanden wo ich kennengelernt habe wo Travestie macht dort wieder regelmässig mitzumachen ja Leute aus äh aus äh aus den sozialen Schichten dass die auch auf die Bühne können kommen ja und wenn du als Frau kannst kommen dass sie auch wissen okay sie sind auch willkommen das ist auch noch ein positiver Aspekt den ich in letzter Zeit gemerkt habe ja es ist es ist es ist wie wie mit vielen ist der Effekt wenn man es mal sieht dass es möglich ist dann sinkt die Hemmschwelle für einem selber genau das ist genau das und und es es braucht es braucht wie dieser der Durchbruch oder irgendwie so die Wand durchbrechen damit es möglich ist so und und ich ich finde das grossartig weil durch das kriegst du dann auch wieder andere Blickwinkel auf der Bühne äh andere Ansichten und und das und das kreiert dann wieder so ein viel grösseres sorry so ein viel grösseres Gemeinsamkeitsgefühl oder weil was was anstrengend ist ist wenn eben nur wisse heterosexuelle Männer ihres Zeugs erzählen dann ist das so die dominierende Meinung irgendwie über das Thema und irgendwie das und das und das und das heisst nicht dass sie schlechte Komiker sind aber das geht halt andere Leute mit anderen Erfahrungen und andere Blickwinkel bringen wieder neue Stories genau und und das ist dann eben es kann durch das dann ein bisschen einfältig werden oder das ist dann einfach immer so es es geht nur um das und es geht nur auf das so und wenn dann andere Blickwinkel kommen und 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 andere andere Leute andere soziale 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 Schichten etc. denen hat ein wie will ich sagen ein meinig eine andere Berechtigung und weniger Stärke und durch das eigentlich auch ein bisschen ja jetzt das ganze Feld auch entspannen so oder weil ich merke immer nur weil ich irgendwie nicht die Meinung von jemandem teile auf der Bühne heisst das ja nicht dass ich eben die Person schlecht finde das heisst das heisst trotzdem gute Komiker aber es braucht irgendeinem auch noch die Möglichkeit andere Meinungen und andere Blickwinkel zu gehören damit man dann selber irgendwie sich ein Bild machen kann das ist ja so und oftmals gerade als ich als Schweizer weisse Schweizer als heterosexuelle Schweizer ich kann nicht sagen vielleicht kann ich nicht viel über Rassismus oder über eben Homophobie erzählen aber wenn dann wirklich ein Mensch wo in der Realität lebt weil er eben dunklere Haut vorbaut weil er eben homo oder ja im grösseren Spektrum eine andere Sexualität hat mir Geschichten erzählt wie zum Beispiel eine eine Kollegin von mir wo lesbisch ist wo dann die Wohnung gekündet hat wo er den Vermieter gesagt hat sie soll bieten nach Mieter suchen wo nicht schwul ist weil er hat langsam das Gefühl wenn ständig schwule Leute dort wohnen geht ihm der Marktwert aber vom Haus und solche Sachen auf solche Sachen da komme ich gar nicht weil ich nicht in der Realität lebe und da habe ich das Gefühl okay so etwas wird ja nicht passieren bei uns aber solche Sachen passieren mit uns und das weiss eben noch mal wenn mit den Leuten mal ein wenig redest ja und das ist das ist ja auch mit der ganzen bubble ist jetzt immer so ein Wort oder und du merkst das sehr schnell es ist super toll dass man sich mit Leuten kaum geht die ähnlich sind wie wie man selber weil da sucht man sich abends aus und irgendwie wenn du das aber zu viel machst eben dann lebst du in einer völligen Parallelwelt du kriegst gar nicht mit was eben was alles sonst passiert und und was eigentlich alles nicht okay verlauft ja genau weil du hast irgendwie in die gleiche Meinung wir sind alle wir stehen wir stehen ein für das und wir finden das super und so und und dann ja eben auch dort musst du mal zwei Ecken zwei Häuserecken weiter und und dann ja dann kann die völlige Welt zusammenbrechen und die Comedy ist eben ein wunderbarer Spiegel für das dass eben wenn 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 sich das mehr durchmischt dass dann auch die Leute untereinander mehr Verständnis füreinander kriegen und uns nicht einfach ist es gibt die Gruppierung und es gibt die Gruppierung und irgendwie die machen alle ihres eigenen Ding und fertig und das finde ich also so Zeugs finde ich wirklich ja und das ist in Zürich gesehen wo ich dachte what the fuck ja eben genau wo man sagt das ist die super super offene ja da fragst dich wirklich was so ja krass 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 wie sind wir jetzt auf das gekommen ja ja selbstwert selbstwert gefühl ja darum finde ich wirklich umso besser dass du dass du die entschieden hast und ich finde mega lustig was du machst ja danke für mal nein ich muss sagen es hat mir wirklich sehr viel mein Leben bereichert dass ich eben auch rausgehe nicht nur Leute zum lachen bringen was mir sehr viel bedeutet sondern auch dass ich ein bisschen mehr unter die Leute gerne früher ist wirklich mein Leben hauptsächlich aus Schaffen und Heiko geschlafen bestanden rausgehen Leute zum lachen bringen andere Leute treffen und das wo durch die Pandemie wo das dann wieder wegfallen dann muss ich sagen nein das das ich werde nicht mehr zurück dass das nicht mehr ein Teil von meinem Leben wird sein ich werde das definitiv als Teil ja auch wenn ich halt auch entweder durch mein auftreten mein ausgesehen oder meinen hormonen allen gefallen aber ich habe ja offenbar Leute wo das lustig finden und ja dann kann ich mich an den orientieren wie du kannst ja sagen als Metzger hast du vielleicht deine Klientel aber Veganer werden nie zu deine Fans werden das ist halt so ja logisch und je eigener etwas ist desto desto mehr hast du dann dafür auch Menschen wo das super geil finden also zum Beispiel wenn eben gute Metzger wenn die dann sagen das ist einfach wirklich das ist die geilste Wurst kriegst du dann umso mehr klar werden es nicht Veganer sein aber die 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 gerne Würste haben die sagen dann musst du aber schon muss aber schon zu dem Metzger das schon nochmal etwas anderes und was du vorher gesagt hast dass das Gefühl von irgendwie dass dass es dass es okay ist wenn man irgendwie auch eben dazukommt dass man irgendwie gut aufgenommen wird ich hoffe dass das dass das von der Comedy eh so bisschen das Grundmantra ist und empfinde es eigentlich auch so dass meiner Meinung nach alle Menschen wo Comedy machen sich ja wahrscheinlich sonst irgendeinem fehl am Platz fühlen vielleicht nicht vielleicht nicht im Leben allgemein aber irgendwie so ich habe mit so viel verschiedene Sachen gemacht beruflich privat was sportlich alles mögliche und kann nie irgendeinem das Gefühl kann da bin ich jetzt zu 100 Prozent voll und ganz dabei sogar irgendwie auch wenn du ein Musikstil toll findest und du gehst dann irgendwie an eine Party wo nur der Musikstil läuft dann siehst du die Leute dort und denkst du irgendwie ich fühle mich nicht ganz zugehörig ja 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 ich habe zum Beispiel auch einen Tagesjob wo mir sehr gefällt aber ich kann nicht ganz ich selber sein weil ich ein ziemlicher Kindesgründer bin und dort bin ich Chef und dann muss ich natürlich anders auftreten als das wenn ich privat oder als Komiker würde auftreten ja ja und das finde ich das finde ich das schöne an Comedy nicht nur auf der Bühne sondern irgendwie auch bei Mixed Shows und Open Mics und was weiß ich das irgendwie hat einfach ich denke mir immer so unterschiedliche Menschen können wir sonst selten zusammen ja aber es ist es ist für alle irgendwie die eine Verbundenheit nämlich irgendwie die Liebe von Comedy und eben auch die Akzeptanz wenn man gewisse gewisse Leute würde wahrscheinlich nicht in Sinn kommen mit denen zu reden oder dass sie mit denen reden oder was weiss ich und und dort ist dann einfach so du hast einfach so die erste Wand die du ist einfach gerade weg ja die gibt es gar nicht du musst sie gar nicht weg tun und das finde ich aber schon geil das ist ja so und ich muss sagen wo ich angefangen habe wo ich mich dann überall vorgestellt habe es ist nicht so gewesen dass mich keiner hat auf Bühne gelassen es ist dann immer so gesagt gut du willst du mitmachen dann gehe auf Bühne und zeige was kannst und das ist ja cool ja ich glaube dass das das sollte ja sein also schlussendlich macht man ja bekommen die auch aus der Liebe für die Comedy und möchte ja auch dass irgendwie Menschen das toll finden und und es gibt immer noch es gibt immer noch die verbreitete Meinung von Leuten wo halt logisch weiss sich nicht damit auseinandersetzen und dann einfach mal grundsätzlich finden keine Ahnung Schweizer Comedy scheisse ja und dann musst du sagen du hast einfach noch nicht das richtig gesehen weil es gibt so viele verschiedene Arten Typen Sorten von Comedy auch in der Schweiz und zwar richtig gut ich sehe ich sehe Leute wo ich dann eben es blöd ist jetzt so viel vor der wende habe und ich sehe gewisse Netflix Specials und meine sie denn mal sind und ich denke so ich könnte jetzt sieben Leute aufzählen in der Schweiz wo das aktuelle Programm besser ist es ist nicht so verbreitet es ist ein sehr kleines Einzugsgebiet aber aber wir haben mittlerweile wahnsinnige Qualität und drum macht man ja Comedy zum hoffentlich Leute irgendwie wieder an das an das an das an zu tragen ja eben ich kenne gerade viele wo sagen eben Schweizer Comedy kann ich nicht mehr davon aber die und die internationalen Künstler schaue ich und eben ich wo mich damit beschäftigen und die Leute kennen kann ihnen dann die Leute empfehlen aber normalerweise kommst du nicht an die Leute weil in den USA und Grossbritannien ist das so ein grosses Business die haben halt auch wahnsinniges Geld zum richtigen Werbung machen wo wir da in der Schweiz halt nicht haben weil der Martin so klein ist genau ja das wenn wenn der hat es gerade kürzlich aber auch erzählt wenn ich wenn ich früher irgendwie Frisolo in Basel Werbung gemacht habe dann hast du so ein paar Kulturstellen und du sagst machen wir mal klassische Plakatwerbung nehmen wir mal nur Plakatwerbung dann hast du so eine Kulturstelle und dann gibt es ein bisschen Rabatt wenn du kulturelle Veranstaltungen machst was aber sich nie im Leben wird lohnen und ich jetzt mache irgendwie keine Ahnung drei vier Shows das heisst ich habe potenziell 700 bis 1000 Menschen die ich ins Theater holen könnte mit diesen Shows so jetzt habe ich einen Betrag X um die Werbung zu machen aber die Person die irgendwie die Pornomasse in Basel macht mit drei Tagen und irgendwie 10'000 Besucher jeden Tag sehr wahrscheinlich wirklich nur Besucher wahrscheinlich schon Hätte genau gleich viel Geld für die Werbung ausgeben Holt aber viel mehr rein Genau Also dort hast du wieder die Grösse und natürlich jetzt kann man sagen mach doch ein Produkt das auch für mehr Leute anspricht oder wie zum Beispiel eine Pornomasse Jetzt würde ich mir grad vorstellen wie könnte ich das ausnutzen Sollte ich vor meiner Shows noch so einen Stand machen der Vibratoren verkauft das wäre ja vielleicht etwas oder dann hast du so das Beste von beiden zusammen Dilly Allen hat ja einen eigenen Vibrator rausgebracht mit Womanizer zusammen das wäre ja mal etwas Wirklich? Ja Also Zangerin? Ja Wirklich? Aber das war genau der gleiche Womanizer einfach mit irgendwie pink und rosarot Ah ok Ja Hey vielleicht ist das die Mörtliche Ja du ich schreibe mal Amaran an Vielleicht wäre es das oder? Besten aus beiden zusammen Sex selbst Ich habe eh überlegt dass man man könnte einfach wirklich in so so Gebiete wo eben in der Schweiz sehr erfolgreich ist könnte man einfach rein tappen und einfach noch Comedy machen Wie zum Beispiel jetzt bin ich ja an der Schlagernacht Luzern bin ich gesehen Ok Frag mich nicht warum Ja ich weiss auch nicht dass es Ich bin Luzernerin und ich habe nicht gewusst dass es einen Schlagernacht gibt Du siehst das ist absolut mein Gebiet Ja ja es ist auch wirklich eine völlige Parallelwelt Also weisst das ist einfach Ja du gehst dann am Sonntag am 3 am Nachmittag wenn es draussen 30 Grad hat und die Sonne scheint dann gehst du einfach in die Messehalle von Luzern Ja logisch du bist am Abend wieder daheim um 10 Uhr und kannst geschlafen Das ist gut Ja 11 Uhr So und dann habe ich gedacht das sind jetzt 3000 Leute Wow Und die gehen voll ab Das war doch jetzt noch eine Idee irgendwie dort dazwischen so 2 3 Comedy Sets hin Genau 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 Ich habe zuletzt gratis Ticket zu bekommen fürs Schwingen in Rotenburg Ich bin noch nie an einem Schwingfest gewesen Ja Weil ich dachte okay du bist wirklich ein schlechter Schweizer Geh doch mal dorthin Ja Ich bin nicht daraus gekommen Meine Kollegen sind nicht daraus gekommen Wenn sie mal gejubelt haben haben sie gesagt okay in welchem Kreis ist jetzt etwas passiert was wichtig gewesen wäre Und meine Kollegen schau mal so Also wirklich total inops Aber wirklich die Tribünen die sie aufgestellt haben die sind voll gewesen Ja Und die Leute am Morgen um 8 Uhr haben schon Kirschschnaps gesoffen Ja Also entweder sind es Sackmehlring oder Kirschschnaps Also wir haben jetzt in Pratteler Ja Neue in Basel haben wir jetzt das Ess-Off gehabt Das eidgenössische Schwing-und-Auto-Chef Ja Ein Fest Mit wieviel hunderttausend Besuchern Also das ist der grösste Volksanlass von der Schweiz Und das können wir wirklich alle Mhm So und ich habe vor drei Jahren habe ich so Fernsehen gesehen in Zug Und habe entschieden ich gehe dann wenn es in Pratteler ist So das wäre mir entscheid gewesen Du kriegst natürlich keine Tickets Ich bin eine Stunde in der Warteschlaufe gesehen Weil ganz wenige gehen überhaupt in den Vorverkauf Mhm Und dann nachher irgendwie in meinem Umfeld alle so Ah ich gehe Ja ich gehe auch Ich gehe auch So und genau dort Dort einfach mal so So ein 20 Minuten Set Zwischen Zwischen zwei Gängen Genau, genau, genau Du musst dort hin, wo die Leute eh schon sind Und dann musst du eine Comedy aufdrücken Genau Dann kommt es sicher gut Ja ja und dann kommst du ein paar Bier duschen Bis du dann ruhig bist Genau Und dann gehst du dann vor Bühne Naja aber das ist ja Wie das grosse Problem Was ich immer empfinde mit Comedy ist Du musst es im richtigen Setting den Leuten geben Ja Und dann funktioniert es Mhm Aber wie kriegst du die Leute überhaupt in das richtige Setting an Das ist das grosse Ding oder Weil alles wird als Comedy verkauft Und äh Menschen sehen dann mal irgendwie so ein Bruchteil von etwas Und dann haben sie eben wieder entschieden Schweizer Comedy ist nicht so viel Äh Wart oder interessiert mich nicht Mhm Und irgendwie irgendwie das den Menschen näher zu bringen Ist wahnsinnig schwer wenn sie es nicht live erleben Ja Weil am Radio ein paar Jokes hören Und am Fernsehen den Clip gesehen Ist nicht das gleiche Mhm Vor allem wenn irgendwie noch die Fernsehsendung Eine Fernsehsendung ist Die eine Comedy Show simuliert Und nicht eine Comedy Show ist Die gefilmt worden ist Genau und das kann ich jetzt auch sagen Von Fringe Ja Von den britischen Komikern Die ich im Fernsehen und im Video schon sehr cool finde Es ist immer noch etwas anderes Eben wenn es live war Wenn es wirklich dort war Mhm Und auch wenn es prinzipiell halt auf eine Stunde kürzester ist Weil sie so massenhafte Shows müssen raus tun Ja Viel besser als irgendein Stund Clip auf YouTube oder was auch immer Ja natürlich Also das wenn du jemand toll findest Weil die Clips dir gefallen Mhm Dann wird zu 99,9% die Live Show noch so viel besser sein Mhm Wenn es dir schon als Clip gefällt Weil dann ist irgendwie schon Eben dann ist wahrscheinlich richtig gefilmt Und irgendwie das Material stimmt Und äh Der Clip an sich funktioniert schon Aber das habe ich mit ganz vielen Leuten Wo ich dann live gesehen habe Das ist 4G mit irgendeiner Ausstrahlung Wo sich niemand überträgt Das einfach Du merkst innerhalb von einer Sekunde Wenn jemand auf die Bühne kommt Wow Mhm Auch wenn du die Person nicht kennst Es ist einfach Es ist einfach ein anderes Feeling Oder Und das äh Jetzt habe ich Am Fringe habe ich das auch zwei, drei Mal gehabt Wo ich bin in einem Mixed Show geschaut Und dann treten zuerst zwei auf Dann heisst es ja Und der nächste Künstler ist irgendwie 18 Das ist damals gewesen So Und ich dachte so Wieso ist das der letzte von der Show? Und der läuft auf die Bühne Und nach zwei Sekunden sagst du Ah drum Ja okay Das ist so gut Ja Oh wow Ja ich denke es mir manchmal auch Wenn ich ganz junge Komiker sehe Aber die haben dann wirklich das Talent Oder ähm Oder äh Generell haben sie die Skills so unter Kontrolle Dass sie wirklich rocken können Weil oftmals hast du natürlich auch den Vorteil Als älterer Komiker Du hast einfach die interessanteren Geschichten Mhm Und wenn beide das zusammenbringen kannst Das ist natürlich der Hammer Aber äh ja Ja Hat beide seine Vorteile Ja logisch Aber es ist äh Es ist äh Es ist faszinierend zum Gesehen Dass auch irgendwie Wenn Leute anfangen Das sind zum Teil Sie sind zum Teil noch nicht gut Per Definition Das kannst du sagen Das ist jetzt ein gutes 10 Minuten Set Aber du siehst schon Denkweise Wo du sagst Ah Jetzt irgendwie noch Klar nicht Noch 2-3 Mal mit dem Material auftreten Und mit den Anpassungen machen Und dann Dann fliegt es auf einmal Dann fliegt es auf einmal Das einfach irgendwie Die 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 Comedy Denkweise Eben wahrscheinlich entsteht Mit der grossen Liebe dazu Und einfach Je früher man sich das gibt Desto mehr kommt man in das Und irgendwie Das ist mit dir auch schon so Dass irgendwie die Jokes untereinander Die haben dann auf einmal ein anderes Ein anderes Grundlevel Sag ich jetzt mal Weil es ist ja dann nicht mehr das gleiche Wie der vor 20 Jahre lustig fand Ja 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 Monty Python ist zeitlos Ja Weil es so absurd ist Aber bei anderen Sachen Wenn ich das dann schaue Dann denke ich so Boah Das verhebt irgendwie schon nicht mehr Ich habe Little Britain geliebt Aber jetzt 20 Jahre später Ich sage Ja das ist schon grenzwertig Ja genau Das ist so eine Zeitaufnahme Wo irgendwie einfach so Das hat perfekt zu dieser Zeit Passte rein gehauen Ja Und Und dann ist es auf einmal wieder Nicht verfault Aber es ist so ein bisschen drüber Ja Man merkt schon ein bisschen Wenn du noch weiter zurück gehst Und du denkst mal so 1950, 1960 Wo hauptsache eben Männer auf der Bühne waren Ja Und über ihre Frau Und über ihre Schwiegermutter Wie sie gemacht haben Das kannst du nicht mehr bringen Weil das ist wirklich jetzt so verstarb Und uralt Ja Klar hat es auch noch die anderen Edgy Komiker dann gegeben In den Klubsinnen Aber im Fernsehen sind nur die gelandet Meine Schwiegermutter Meine Frau Ja Und darum ist ja Also in den USA Ja Sind darum ja George Carlin und Und ähm Ähm Ein Blanking Ja Ja Es geht so wie wir mit den Namen Mhm Einfach dich angesteckt Definitiv Ähm Prior Richard Prior Ja So Imitationen angefangen hat Und irgendwann gesagt Ich schmeisse das alles weg Oder Und Und England Also grundsätzlich Grossbritannien Hat Für mich eigentlich immer schon sehr klar Die zwei Sorten gehabt Und es ist entweder gesehen eben so richtig Blödel Scheiss Weil ich weiss nicht mehr wer das gesagt hat Irgendjemand hat mal gesagt Die Leute haben immer das Gefühl Comedy in England ist so toll Es ist einfach nur das Gute Das dann über die Landesgrenze hinaus präsentiert wird Also es gibt ja auch wahnsinnig viel Schrott Ja Ja das geht es auch am Fringe Aber eben durch die Masse und durch den Druck Ja Du kriegst ja auch sehr sehr viel gutes Zeug Ja Und klar tun sie nur das Gute exportieren Warum sollten sie eben Ähm Exportieren Wo nachher in Minuten auf der Bühne Panikattacken rüberkommt Davor Säckern oder so Nein ich meine nicht mehr so Sondern ich meine Schrott wirklich auf so Ähm Wigs and Catchphrases Hät es immer geheiss Und eben Little Britain Ist sehr lustig gesehen damals Ähm Aber Ja eben Verhebt irgendwie nicht so Blackadder kannst du wahrscheinlich jetzt noch schauen Ähm Ähm Faulty Towers Mhm Faulty Towers Oder eben wenn wir ins Deutsche gehören Bulli Parade Kommt auch langsam so in die Schwellen rein Ja Findest Mhm Langsam Faulty Towers habe ich Aber gut eben das ist jetzt auch schon wieder Muss ich sagen Ist Über 10 Jahre her Wenn ich mal Wenn ich mal durchgeschaut habe Okay Ich habe es sehr lustig gefunden Ja aber es ist halt auch wieder Ähm Highly educated Also du musst gewisse Geschichten kennen Mhm Dass du dann auch die Ecke Kannst verstehen und so weiter und so fort Ähm Da gibt es natürlich auch äh Sehr wilde Punk Comedy vom Ja wie heisst er der wo äh The Young Ones gemacht hat Fuck 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 Ich muss googlen Sorry das müsst ihr dann halt rausschneiden Genau der Rick Mayer ja der ist dann aus der alternativen Szene rausgekommen und er macht auch mal kurze Rolle in äh in Faulty Towers ja äh ist aber wirklich aus der alternativen Szene eigentlich aus der Punk Szene äh ist er Google Comedy machen und dann clasht er so zusammen mit den Oxford Studenten von äh Monty Python wo dann auch noch einen interessanten Twist gibt ja aber wenn du dann seine Komödie anschaut das ist natürlich etwas ganz anderes ich meine dann macht er die Fernsehserie The Young Ones äh wo jetzt mittlerweile auch 30 Jahre alt ist äh und nachher mit mit seinem Kollegen macht er so ein Duo wo er dann regelmässig so tut als würde der Text versauen aber alles ist auf perfekt auf Minuten plant und das ist einfach saulustig weil es einfach Chaos pur ist ja sie haben denn ja eigentlich eine Rolle gegeben ähm 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 ä ähm 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 ä alles auf sich zieht, statt auf die Geschichte selber von Harry Potter. Was sie dann gesagt haben, nein, komm, lassen wir es sein. Aber sie wollten ihn natürlich von Anfang an verwenden als absolute Comedy-Legende. Und das ist eben auch interessant zu sehen, wie jeder, wo er herkommt, das kann verwenden für Comedy. Und dann kommt dann etwas ganz anderes raus. Ja, das finde ich immer spannend. Dort sind wir in der Schweiz auch noch ein paar Jahre hintendrin, dass man halt immer noch sehr gerne unterteilt. Und wenn jemand Comedy macht, dann macht die Person eigentlich nur Comedy. Und wenn die Person jetzt aber zum Beispiel noch eine Gameshow moderieren würde, was sie eben auf der Insel und im angelsächsischen Raum, sage ich jetzt mal, sehr, sehr gerne gemacht wird, weil es irgendwie auch jemanden braucht, der ein bisschen mit den Leuten reden kann, ein bisschen interagieren, vielleicht auch noch etwas Lustiges dazu sagen, damit es nicht einfach nur ist, ja, was ist deine Lebensgeschichte? Ja, ich kann gerne Gomello fahren. Cool, erste Frage. Also ja, das ist halt noch ein bisschen... Ein bisschen mehr reinkommt, ja. Ein bisschen mehr reinkommt, ja. Dann wäre das in der Schweiz gerade wieder Gameshow-Moderator, fertig. Oder Moderatorin, natürlich. Also einfach, entweder oder, so. Und dort sind wir, glaube ich, auch noch ein paar Jahre hintendrin. Und man kann eben... Stand-Upper sind am Schluss ja immer im Kern Stand-Upper, egal was sie machen. Vielleicht können sie irgendwann einen Film machen, vielleicht können sie irgendwann eine Serie machen, Theaterstücke oder was weiß ich. Aber wie du sagst, es kommt eigentlich immer aus dem raus. Das finde ich sehr faszinierend. Weil in anderen Bereichen ist dann irgendwie so, ah, ich lehre jetzt genau, wie man das und das macht. Und dann mache ich das genau so. Und Stand-Upper, weil es so eine eigene Welt ist und irgendwie alle ja einen völlig anderen Prozess haben, jede und jede tut komplett anderes Material erarbeiten, testen, performen und so weiter und so fort. Und es gibt nicht, das ist der Weg von A nach B. Und ich glaube, so tut man halt dann eben so wie für sich lehren, was am besten funktioniert. So, es ist eben das Trial and Error die ganze Zeit. Und das wirst du dann halt auch anwenden auf andere Arbeitsbereiche, aber auch grundsätzlich auf andere Bereiche in deinem Leben. Also es ist durch das ja dann auch ein bisschen Lebensschule. Es ist einfach, wie navigiere ich mich eigentlich nahe man an. Genau, genau. Aber ich habe das Gefühl, wir Schweizer, wir stehen auch nicht gerne im Mittelpunkt, wenn wir versuchen, wenn wir etwas versuchen, was dann vielleicht ein Fehler passieren kann. Mhm. Weil irgendwie bei unseren Geschäftsfällen, in Amerika ist es normal, okay, dafür seid, aber dann kann er trotzdem ein Multimilliardenunternehmen aufbauen. Wenn du einmal als Geschäftsmann versäht hast, dann verträgt er so schnell keiner mehr. Genau. Ja. Aber ich finde es auch faszinierend, wenn... Wenn du sogar Präsident werden, egal wie oft du versähst. Ja, und wenn du als Präsident versähst, kannst du trotzdem mal kandidieren. Genau. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Aber ich als Comedy-Nerd, wenn ich dann die Leute wieder mal nerven und ihnen aufzähle, wie viele Schauspieler dann auch mal Comedy gemacht haben. Ja. Viele wissen da gar nicht, dass der Woody Allen oder der Eddie Murphy Stand-Up-Comedy gemacht haben. Dass viele aus dem Bereich kommen, das wissen sie alles gar nicht. Ja, ja. Eddie Murphy, seine Stand-Up-Routine, die jetzt noch auf Netflix ist, sehr gut, aber auch an Mengenorten ein bisschen outdated von den Referenzen her. Das auf jeden Fall. Ich meine, das ist für mich Delirious ist für mich der heilige Graal. Das ist für mich Oh mein Gott, da bin ich irgendwie Teenager gewesen. Und ich hatte die Platte, ich habe es immer schon gehört, weil mein Vater hat mir mal eine Platte gegeben, die hat einfach geheißen Eddie Murphy Comedian. Der hat ein bisschen Material drauf gehabt von diesem Programm und so. Und dann hast du einfach nur gehört. Du hast einfach alle zwei Sekunden Fuck und irgendwie einmal macht er Elvis noch und es ist einfach so, du kannst dir nur vorstellen, was passiert. Und dann, als ich es gesehen habe, bin ich wirklich so, oh mein Gott, das ist der absolute Wahnsinn gesehen. Und es ist, dort ist es aber schon so lange her, dass du wirklich merkst, es ist einfach eine andere Zeit. Darum ist es definitiv outdated. Aber Pryor zum Beispiel verhebt heute auch noch viel. Ja, er kommt einfach aus so einem abgefuckten Ecker, wo damals gar nicht so im Fokus war der Welt. Ich meine, seine Mutter war Prostituierte. Er ist, glaube ich, Heroinabhängig sein Leben lang. Alles. Ja, alles Mögliche. Ja, hast du in einem Bordell aufgewachsen? Ja, eben. Und wenn er dann erzählt, dass sein Vater gestorben ist, weil er unter einer Frau einen Herzinfarkt hatte und die Frau hat dann jahrelang keinen Sex mehr gehabt, weil sie das Gefühl hat, sie bringt wieder eine Brumm. Das ist so etwas, was voll geschräg ist und so komisch ist, aber so aus den tiefsten dunklen Ecken der menschlichen Seele, dass es halt immer noch existiert. Weil eben, wenn du dir das vorstellst, er hat die Witze gemacht, wo vielleicht bezaubernder Genie im Fernseher kam. Ja, Und dann kommt er mit so einer Story vor. Genau, und Eddie Murphy hat dann so den New Shit gesehen, nach dem Prior, wo dann so ein bisschen wie ein Stabsübergroben war. Und A ist dort halt, das ist dann mehr das Popstar, Rockstar-Ding und dort merkst, dass es wirklich sehr zu dieser Zeit passt. Aber das ist wie wenn du einen Film von dieser Zeit schaust, wo eben zum Beispiel lustig sein soll, wo dann also merkst, ich meine, wir sind im Autokino immer, der Plane, wie heisst da richtig crazy plane, nein, wie heisst das? Eben da die verrückte Reise und verrückte Flugzeuge. wie man heisst auf Englisch, das sind wir geschaut und dort hast du auch 15 Minuten, wo du sagst, outdatet und wirklich nicht lustig. Aber dort so wow. Genau, dann hat es wieder einzelne Sprüche, wie zum Beispiel Nilsson, übrigens auch geiler Stand-Up Comedian, aber wirklich Deathband, der macht kein Zeitsgesicht überhaupt nicht, aber wirklich geile Stand-Up Comedian, aber findest kaum noch, wo er dann einfach sagt, you can land this plane, surely, I can land this plane, okay, then do it, but don't call me Shirley, irgendwie so. So total blöde Worte, wo ich sage, das finde ich immer noch lustig. Definitiv. Also Naked Garden, da kann ich auch noch sehr viel schauen, was ich sehr lustig finde. Aber das Delirious Special von Eddie Murphy, das ist der absolute Knaller gesehen, da habe ich es irgendwann wieder mal geschaut und dann ist so, was ich noch lustig finde, ist so James Brown, eben so ein bisschen Imitationen und so und bei anderen Sachen merkst du, ja. Und ich glaube, darum tut er sich auch ein bisschen schwer, irgendwie nochmal zurückzukommen, weil er müsste ja wie, er müsste wie eine neue Disziplin Stand-Up lernen. Stand-Up weiss ich nicht, ob er das noch einmal machen will, aber er hat jetzt mal einen Film gemacht, der wieder gut ist, eben, da, 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 is my name and Dolomite. Dolomite is my name and ich weiss nicht, aber Dolomite, der Film, der ist wirklich cool, weil er hat ja jetzt lange Zeit nur die Filme gemacht in den Fetts und er hat jetzt mal total, hör jetzt auch mal auf, es ist jetzt mal auch gut, aber Dolomite ist wirklich ein geiler Film, wo er wirklich zeigt, er kann lustig sein, er kann natürlich perfekt einen Comedian darstellen und da kannst du wirklich schauen, Dolomite ist wirklich eine Empfehlung, aber also die letzten 15 Jahre, sonst, wenn ein Film von ihm gesehen hast, dann hast du alle gesehen, was du das schenken hast. Ja, und er hat natürlich auch irgendwie 37 Kinder. Er hat 37 Kinder und 20 Frauen und ist wieder, ich glaube, er hat immer noch ein bisschen mit Drogen zu tun, oder? Er ist ja, mit seinem Bruder hat er ja damals in den 80er-Jahren glaube ich, ganz Kolumbien aufgehokst, also, er hat ja dann den Bruder noch mitgezogen und dann haben die Zusammenfassungen jetzt kieft er mega viel. Ah, jetzt kieft er mehr, okay. Ja, das weiss ich. Ich glaube, ich hätte gerade kommen, ein paar Monate, ist ja wieder mein Vater geworden, jetzt sind es, glaube ich, 28 Kinder. Super. Und er hat aber irgendwie mal einen Preis gekriegt, den Mark Twain Prize, oder was es gesagt ist. Ja, weil er den Preis rüberkriegt, nach 30 Kindern. Genau, das 30ste Kind hat wieder einen Preis gegeben. Und dort hat er dann so, nur seine Dankesrede, er hat den durchblicken lassen, dass er es effektiv noch könnte. Und dann hat er irgendwie eine Bit gemacht, quasi, irgendwie, der Bill Cosby hat das schon mal gekriegt und so, oder, und irgendwie hat er halt Bezug genommen auf, wie das damals noch jemand gesehen ist, wo man toll gefunden hat, und jetzt nicht mehr. Und dann hat er irgendwie einfach nachmachen. Sehr lustig gewesen. Und das Gleiche ist ja ein bisschen, der ist zurückgekommen und wird ja immer sehr verpönt, hat aber Stand-Up sehr lustiges Zeugs gemacht, Adam Sandler, wo ja auch viele nicht wissen, dass er Stand-Up gemacht hat. Ich kenne kein Stand-Up-Special von ihm, ich habe es noch nie etwas gesehen. Ich bin nie gross Fan von ihm gesehen, aber so die ersten zwei Filme, okay, die habe ich mir angedacht, die sind okay gesehen, aber dann, er ist auch irgendwie mal gesehen, er spielt ja immer den liebenswerten Vollpfosten und das Teure rundherum ist einfach teilweise grauenhaft. Absolut, absolut. Ich habe einen spannenden Artikel gelesen, der sagt, warum er so influential gesehen ist für seine Generation, weil jeder von diesen Charakteren, der eigentlich immer das Gleiche ist, vor allem in den 90ern, einer ist noch so wahrscheinlich ein bisschen handicapped mental, was du heute auch nicht mehr machen würdest und so, alle die sind in irgendeiner Art und Weise vielleicht liebenswürdig und so sind Sachen, aber sie sind eigentlich gefüllt von absolutem Selbsthass. Okay. Und dass das mit der männlichen Generation von dieser Zeit wahnsinnig, wahnsinnig resoniert hat. Okay. Dass eben das übertriebene Selbstbewusstsein, wo man oft spielt und eigentlich mega viele Unsicherheiten hat und sich selber eigentlich dumm findet und so weiter und so fort, das ist in jedem Film kommt irgendwann das führen. Und eben, weil man manchmal hat ja auch irgendwelche Angleprobleme gehabt, der Charakter, was auch immer, aber es ist immer verbunden gewesen mit absolutem Selbsthass. Und dass das irgendwie so resoniert hat, das habe ich eine wahnsinnig spannende These gefunden. Stimmt, Anger Management mit Jack Nicholson hat er ja auch gemacht, oder? Ja, oder der Waterboy. Das ist die Einige, die ich wirklich gut gefahren habe, so Sachen wie Waterboy oder wo er seine eigenen Geschwister spielt, da hat es mir echt auch. Der ist so schlimm. Oh mein Gott, das ist schlimm. Das ist schlimm. Wie der Geiss, Jack and Jill oder so, den habe ich nie gelacht. Aber der hat zum Beispiel zwei, drei gute Filme gemacht und sein Stand-up hat er ein neues Special gehabt, das auf Netflix war, mit wirklich noch herzigen Lieder. Stimmt, ich habe ihn mal gesehen mit einem Ukulele für irgendjemanden in einem Tribute spielen, ich weiss aber nicht mehr von wem. Und das ist noch witzig geschrieben gewesen, also wenn er das selber geschrieben hat, echt Hut ab. Und er hat irgendwie eine kleine Geschichte, wo er irgendwie in einem Freizeitpark ist und irgendwie so wie so eine Fremdfreundschaft mit einem anfängt, wo dann aber irgendwie wieder auseinander geht. Also das ist wirklich alles noch recht herzlich gewesen. Okay. Auf jeden Fall, das ist mir eingefallen, weil er gesagt hat, dass so viele Leute wissen nicht, dass ursprünglich mal Stand-Upper gesehen sind. Aber das ist ja auch, weil es eine völlig andere Kultur ist und dort das so vernetzt ist in der Kultur. Dass einfach wirklich mal in einen Comedy-Club gehen, das gehört einfach für viele dazu. Das ist einfach normal. Durch das entdeckst du auch wieder mal irgendjemanden und gewisse gehen dann weiter und haben dann irgendwann eben noch eine TV-Show oder was weiss ich. Ich meine, in Großbritannien genau das Gleiche, dass jede, fast jede Sitcom oder irgendwie eine Comedy-Show, ob es jetzt Single-Camera ist oder was weiss ich, kommt von Stand-Uppern. Fast jede. Ja. Wo dann eben die Leute zum Teil auch nicht wissen, dass die mal Stand-Up gemacht haben. Aber es passiert auf einmal. Also das ist, ja, bei uns ja ein bisschen anders. Das ist ja so. Aber deswegen schätze ich es auch, da in Zürich oder in Basel Comedy auf Englisch zu machen. Ja. Weil wir haben ja sehr viele Experts, die zwei bis fünf Jahre in der Schweiz bleiben und dann wieder gehen, dass sie auch etwas zu lachen haben, weil sie erleben im Alltag halt die Schweizer auch sehr ernst. Ja, ja. Dass sie manchmal das Gefühl haben, die Schweizer haben überhaupt gar keinen Humor, dass sie die dann zu unterhalten und zum Lachen bringen, wo du wirklich merkst, zu denen gehört das, die vermissen das, das ist eigentlich ein Teil von ihrem Zuhause. Die unterzuhalten, das macht eigentlich noch mega viel Spass. Auch wenn es eigentlich nicht so perfekt ist, es reicht ihnen völlig. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch, das ist ja auch, das ist ja auch viel mehr, was man kommuniziert, als dass man es jetzt irgendwie grammatikalisch perfekt sagt und ausspricht alles. Es ist viel mehr, was du transportierst. Ich meine, aber sonst hat ja auch irgendwie 80 Prozent von, nicht 80 Prozent, aber sehr viele, die am Fringe auftreten, die ja dann eben nicht aus Schottland oder England oder was weiss ich sind und zum Teil auch nicht perfekt das Englisch können, aber halt irgendeinen Anreiz und irgendeinen Charme und eben eine Persönlichkeit haben, die sich dann einfach übertreibt. Ja, ich habe dort dann auch schon gesehen von einem von Italien, der aber in London lebt und auch sehr stark einen Akzent hat, habe ich gesehen schon, wo er dann eben beschreibt Beziehung von seiner Mutter und wie er nach 20 Jahren, nein, nach 10 Jahren angerufen wird, seine Mutter wird wieder ausgraben und das halt verwendet für Comedy, weil in Grossbritannien wirst du nicht ausgraben, du bleibst dort. Und der Kontrast in die Sprache ist auch sehr clever von ihm, weil er dann ihnen wieder den Blickwinkel zeigt, den sie so gar nicht kennen. Ja, ja, ja. Ja, ja, und wo er dann auch wirklich hintendran mit dem Projektor einblendet, mit den kleinen Kisten, die Überbleibsel von seiner Mutter dann sind und obwohl er in der frischen Luft ist, muss er irgendwie eine Maske tragen, weil er eben irgendwie einen Menschen noch mit sich trägt und das trotzdem gilt. Also völlig bescheuerte Regeln die Sachen damit bringt, er hätte das mega witzig können nochmal bringen. Aber ja, das ist natürlich auch sehr edgy dann für Briten, die nicht gewöhnt sind, dass du die Tote wieder ausgerubst. Ja. Was ich sehr speziell finde, weil sie leben auf einer Insel, wo haben die alle Platz, also die müssen jetzt wirklich schon mit 20 Leuten übereinander liegen, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ausser wenn extrem alt, alte Gräber sind, dann, wenn sie wieder neue Bauten haben, dann kommen ja wieder alte Gräber vor, dann müssen ja wieder die Archäologen kommen, dann hätten sie alles nicht, wenn nach 20 Jahren sagen, komm, wenn wir die recyceln, ist gut. Ich meine, der liebste Mensch, den ich verloren habe, nach 20 Jahren, würde ich sagen, ja gut, die Knochen, die müssen wir jetzt auch nicht mehr haben. Oder ist das brutal? Ich weiss es nicht. Ist das ein Bit? Nein? Kein Bit. Das ist mir jetzt so eingefallen. Aber es könnte jetzt sein. Ja. Sich überlegen, wann wir wenn ausgraben und wann nicht und wann wir jetzt noch mehr zusammenschütten. Ja, ich meine, die eine Kollegin von mir, die war angekommen, die macht die Wanka. Die hat ja die Urne von ihrem verstorbenen Geschäft in ihrer Wohnung. What? Ja. Es ist ein bisschen auch witzig im speziellen Sinn, weil das ist jemand gewesen, der sie gepflegt hat. Und dann ist er leider gestorben. Also muss ich schon mal sagen, Ivanka, du hast glaube ich keinen guten Job gemacht, aber ja. Und dann hat sie jetzt die Urne bei sich zu Hause, weil sie ihm versprochen hat, dass sie mal seine Asche in Panama verstreut. Ah, du bist jetzt noch nie auf Panama gekommen. Ja, aber weder der Verstorbenige noch sie hat geholfen, nach Panama zu kommen. Sorry, also ich meine, wenn du das wünschst, dann hast du bitte auch so viel Geld, zum dieser Person zu vererben, dass sie dort hineinreisen kann. Ja, sonst bürtest du der... Sonst bleibst du halt bei einer Komikerin im Regal drin irgendwo in Aargau. Das ist das halt jetzt deine Ruhe. So vererbst du eigentlich Reisenschulden. Ah, das schon. Ach, fachbar. Ja. Schöne das mal vor. Und jetzt hat sie einfach die Urne von ihrem verstorbenigen Chef hat sie dort stehen. Sie hat auch noch eine Katze. Das finde ich auch schwierig. Nicht, dass der Mann eine Katze kommt und macht Bäng. Das kommt auch dazu. Sofern man ein anderes Katzenkistchen hast. Ja, aber das kenne ich sonst keine Kreppperson, die die Asche von ihrem verstorbene Chef besichtbar hat. Das ist schon ein bisschen speziell. Ich weiss jetzt auch nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Wegen Italiener, die... Ah, weil seine Mutter ausgeraben hat. Nein, ich habe leider in den letzten fünf, sechs Jahren drei Leute alle an Krebs verloren. Und ich hätte lieber noch gerne gesund und heiter bei mir. Aber jetzt das Grab, das ist ja eigentlich nur für dich, dass du irgendein Ritual hast, wenn du möchtest, die Leute noch besuchen oder zum Abschied nehmen. Berdigung ist auch nur ein Ritual für dich, zum Abschied nehmen. Aber nach 20 Jahren würde ich sagen, ist gut, oder? Ja, ich weiss gar nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich habe gemeint, du musst irgendwann zahlen, damit... Nein, du musst ja sowieso mieten, du musst sowieso zahlen, aber nach 20 Jahren ist es dann fertig. Nach 20 Jahren eigentlich wirst du ausgraben, also du musst das noch einmal speziell reservieren, aber ich glaube, du kannst das auch nicht ewig machen. Ich will ja ein Baum werden. Ich habe gedacht, ich habe gelesen, es gibt sehr interessante Sachen, wo du dich entweder als Esche unter einem Baum vergraben lassen oder auch in Italien kommt irgendetwas, wo du dich mit Pilzen kannst, also deinen toten Körper dann, wenn du da bist, wenn du lebst, kannst du dich mit Pilzen initiieren und dann macht der Pilz das Tier und dann wirst du mega schnell wirst du guten Dünger für den Baum. Genau, genau. Und es gibt mittlerweile so irgendwie Bio Urn oder so, wo wirklich alles schon fix fertig ist, eben dann machst du noch Taschen dazu und dann bist du entweder bei jemandem im Garten oder irgendwie draussen nehmen. So, das denke ich, wahr. Ja, eben, das stelle ich mir auch vor, wenn ich gestorben bin, ich möchte einfach sauber recycelt werden und das ist sie. Ja, und ich glaube, ich glaube, so bist du am besten recycelt. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe genug Pflanzen gegessen, dann möchte ich jetzt Pflanzen mich essen oder ich auch, ich meine, ich bin kein Veggie. Ich meine, wenn man mal irgendeine Tierpark Verwendung hat, für irgendwelche Bären oder Wölfe, dann wird sich der Kreislauf wieder schliessen, oder? Ja, aber, aber da musst du aufpassen, wem du das aufbürtest, oder? Weil du bist ja dann zuerst in dem Tierpark. Ja, genau, nicht, dass ich dann verstorbenige Leute mehr... Nicht, dass du sagst, hey, auf Safari. Am besten noch in die Arktis oder Antarktis zu den Eisbären, bitte. Genau, genau. Gut, bis dann gibt es wahrscheinlich keine Arktis und Antarktis mehr. Stimmt, dann gibt es noch mal noch die Cappuccino-Bären. Ja, ja, das gibt es, weil immer mehr Eisbären müssen auswandern, können sie sich mit den Braunbären von Alaska mischen. Ja. Und da gibt es echt so Cappuccino-Bären so mit Flecken, das sieht noch lustig aus. Wirklich? Ja, ja, ja. Wow. Ja. Also traurig eigentlich, aber sie sehen herzig aus. Wie vieles, oder? Ja. In der Trauer ist etwas gleich noch herzig und manchmal auch lustig. Ja. Es hat sehr Spass gemacht, mit dir über Comedy abzunerden und ein bisschen deine Erfahrungen vom Fringe zu hören. Was machst du jetzt comedy-mässig in nächster Zeit? Der Konfetti-Klatsch in Zürich, wo eben Show ist halb Comedians, halb Dragcreens, das geht wieder weiter. Sonstige offene Bühne oder solche Leute, die mich engagieren. Von dem her, ja, gerne mal ein bisschen Social-Media-Kanäle reinschauen. Ich bin nicht so aktiv, weil ich lebe gerne lieber im echten Leben, aber ich tue dort immer wieder mal posten, wenn es wieder einen Auftritt von mir gibt. Perfekt. Weiterhin viel Erfolg, alles Liebe, ich freue mich sehr auf die Show, die wir gemeinsam haben und ich freue mich, immer dich zu sehen. Danke. Sorry, hast du so einen mühseligen Weg da hinhin gehabt, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ja, ich habe jetzt eben noch ein paar Stunden zum Totschlauen in Zürich, ich hoffe, es passiert nichts spezielles wieder. Was hörtest du, Dienstag irgendwie noch ein Englisches Open Mic oder was? Nein, das mal ein deutsches Open Mic. Ah. Ja. Irgendwie in Zollikon, das ist etwas Neues, was wir ausprobieren, weil es geht jetzt Dienstag kein Englisches Open Mic, aber ein Deutsch Open Mic vom Moritz ist ja leider nicht mehr. Ja. Aber jetzt probiert eben die Ivanka etwas Neues aus. Ah, wo geht das läuft. Nice. Also viel Spass, liebe Gess alle. Danke, sage ich. Und danke Christoph. Danke für mal. Bis bald, macht's gut. Peace. Boop.